So, wir fahren jetzt mit unserem wahnsinns Gepäck hier los. Wir brauchen einen etwas größeren Uber. Der ist dann so ein bisschen... So, der erste Tag, der war schon recht aufregend. Wir holen gleich unser... oder gleich kriegen wir eine Einweisung und dann geht das alles hier erst der Reihe nach und ich denke mal eine Stunde oder zwei werden wir hier loskommen. So, wir sind die ersten Meilen mit unserem Motorhome gefahren. Was ist das Motorhome? Ja, RV. Also für mich ist er eigentlich ein bisschen zu groß. Die kleine Variante wäre auch gut gewesen, aber mein Wolfgang hat das gut gemeistert. Das war jetzt kein langer Weg. Jetzt gehen wir erstmal zu Walmart einkaufen und der Coat-Gampingplatz ist dann auch um die Äcker. Okay, gut. Let's go! So, mein lieber Schatz fährt ganz entspannt unser Wohnmobil. Zuerst geht es nach Walmart und wird groß eingekauft und dann auf dem Campground. Heute haben wir es nicht so weit und da sind wir auch Gott sei Dank jetzt vier Tage oder vier Nächte. Das ist unser erster Campground hier in Hollywood. Wir hatten so ein paar Anlaufschwierigkeiten hier mit Stromanschluss und ja, aber das sind einfach so die Anfangsschwierigkeiten.